Guten Tag! Raffi! 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 Bei allen Zoffen, bei allen Rivalität, auch wenn wir sind noch ein paar 60 dabei, es führt kein Weg dran vorbei. Bayern München ist unsere Visitenkarte des Deutschen Vereins Fußball auf internationalem Parkett, ist unser Flaggschiff, das müssen wir alle Jahre auch erkennen, akzeptieren und respektieren. Und ich kann als altes Schlachtschiff der Manager immer sagen, Uli Hoeneß ist mit Abstand der beste Manager. Und er hat mehr soziale Kompetenz, und wenn er manchmal mit dem roten Feuerkopf ekelig wird, dann ist er echt ekelig. Wenn er keinen roten Kopf hat, dann spielt er das die Rolle. Verstehst du, aber kommt immer ganz gut an, ist er ohne wenn und aber mit einer unwahrscheinlich in diesem harten Geschäft, mit einer unwahrscheinlich großen sozialen Kompetenz ausgestattet. Und ich hätte es ihm auch so zum Abschluss gegönnt, nochmal eine Schale. Da habe ich schon mal gesagt, komm, du hast so viele Schalen da, von dem Zeug da rumstehen. Jetzt geht auf eine mehr oder weniger nicht an. Gewinn, der beste Vizemeister, da seid ihr in der Champions League. In den vielen Jahren, wo wir in der Rivalität waren mit Bayer Leverkusen oder mit Uli Hoeneß, das werde ich immer festgestellt haben, ich habe nie den Hoeneß attackiert. Wir haben uns zwar häufig in der Volley gehabt, aber nie weh in den Transfers. Was für mich eine einfache Nummer war. Die Münchner spielen in einem anderen Saal, ein Stockwerk höher. Das hat nichts damit zu tun, dass wir 2002 im Champions League Finale waren. Auch sicherlich den schöneren, besseren Fußball, die spielt haben. Nur wenn man alles zusammenrechnet und die mehreren Jahre sieht, dann musste die immer zu dem Ergebnis kommen. Ja, ganz einfach. Ich hole die Spieler von kleineren Klubs und wenn sie dann von mir weggeholt haben, sitze ich das, wenn ich im Glasgasten sitze, nicht mit Steinen schweißen. Also ich kann mich nicht über Bayern München aufregen, wenn die bei mir die Spiele holen, wenn die es selber in Bochum oder wo auch immer auch fleißig gemacht haben. Da habe ich in dem Stall geräumt und die bei uns. Allerdings, das muss ich auch sagen, ich brauche mich nie zu beschweren, weil es sauber ablief. Mit dem Hünnis, kleiner Drecksack, abgewichstes Gärtchen, aber 100%ige Handschlagqualität. Rainer Kallmund im Stadion an der Schleißheimer Straße. Dankeschön.